Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden. Heute wählen wir uns in einer anderen Sache und zwar nicht in Immobilien-Themen, sondern geschuldet der aktuellen Krise. Wir möchten Ihnen anbieten, dass wir besonders für Sie, liebe Königsdorferinnen und Königsdorfer, die Einkäufe übernehmen, gezielt dafür die Risikogruppen, die vielleicht momentan nicht vor die Haustür treten möchten oder können oder auch keine Verwandten hier in Königsdorfer nähere Umgebung haben. Deswegen möchten wir persönlich anbieten, dass Sie uns gerne kontaktieren können. Die Telefonnummer blenden wir gleich am Ende dieses Videos nochmal ein und jederzeit können Sie uns darüber erreichen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe und hoffen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank. distributed bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.